Gibt es hier irgendwo einen Friseur? Kann man mich hören? Hallo! In wenigen Sekunden, wer geht hier? Das Pucktheater! Was denn? Rennen müsste man können, wenn dann so die Ohren im Wind fladdern. Hä? Welche Ohren? Hase, warte mal, nur ganz kurz, wir wollen dich doch nur mal ganz kurz was fragen. Oh, ist der Schmäh, ist der Schmäh. Hatten wir den Hasen hier gesehen? Ja! Kann doch hier sein! Hase! Hase! Ich will auch so schnell rennen, wie du rennst. Hä? Rennt ihr eigentlich auch so gern? Ja! Ich renne, 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 renne. Ich rase und ich flinz, wie der Blitz, wie der Blitz. Auf die Blitzel, fertig! Ähm, Moment! Warte, ich bin jetzt und wieder! Alles fliegt an mir vorbei, ob Welt, ob Wiesen, einer allein. Meine Ohren fladdern Steine im Wind, wenn ich renne. Also, bitte! Ich rase und ich flinz. Du, Udo? Ja, Emma? Küsschen! Ich renne, 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 renne. Ich rase und ich flinz. Wie der Blitz. Wie der Blitz. Wie der Blitz. Wie der Blitz.